Wisst ihr was? Es ist mal wieder Zeit für etwas Lustiges, oder? Und dieses Lied machen wir alle zusammen. Ich spiele nämlich kein Klavier, kein Keyboard, keine Gitarre, keine Trommel, sondern ich mache mit euch mit, mit meinen Händen. Pass auf, das Lied geht so. Hans Nasens Fahrrad hatten Platten, oh Schreck! Hans Nasens Fahrrad hatten Platten, oh Schreck! Hans Nasens Fahrrad hatten Platten, oh Schreck! Doch mit Kaugummi geht er wieder weg! Wir machen es nochmal ein bisschen schneller. Hans Nasens Fahrrad hatten Platten, oh Schreck! Hans Nasens Fahrrad hatten Platten, oh Schreck! Hans Nasens Fahrrad hatten Platten, oh Schreck! Doch mit Kaugummi geht er wieder weg! Super. So, wisst ihr was? Wir lassen mal das Singen bei Kaugummi weg. Wir machen nur die Bewegung. Okay? Los geht's. Hans Nasens Fahrrad hatten Platten. Oh Schreck. Hans Nasens Fahrrad hatten Platten. Oh Schreck. Hans Nasens Fahrrad hatten Platten. Oh Schreck. Doch mit geht er wieder weg. Super. Wisst ihr was? Wir lassen das Wort Hans weg. Das sind wir ja. Wir zeigen auf uns. Okay? Es geht los. Nasen Fahrrad hatten Platten. Oh Schreck. Nasen Fahrrad hatten Platten. Oh Schreck. Nasen Fahrrad hatten Platten. Oh Schreck. Doch mit geht er wieder weg. Das war schon schwieriger. Sollen wir mal versuchen, ob wir das Fahrrad weglassen? Das machen wir noch. Okay? Es geht los. Nasen hatten Platten. Oh Schreck. Nasen hatten Platten. Oh Schreck. Nasen hatten Platten. Oh Schreck. Doch mit geht er wieder weg. Weck. Super. Und jetzt könnt ihr natürlich auch noch versuchen, ob ihr vielleicht noch die Nase weglasst. Oder vielleicht den Platten. Oder O Schreck. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir ja davon erzählen. Oder mir vielleicht schreiben. Ich würde mich freuen. Also, macht's gut und viel Spaß beim Nachmachen. Oder wenn du dich. Vielen Dank.